hallo ich bin ben marx ich bin hier an der fakultät wirtschafts und technik für die beziehung zu saragossa zur universität saragossa zuständig und wir sind natürlich sehr daran interessiert über den austausch zu fördern beide richtungen heute habe ich hier drei studierende mitgebracht die alle schon mal da gewesen sind und ja sagt doch mal kurz ein wort zu euch ich bin der las und wie gesagt ich studiere wirtschaftsingenieurwesen ich bin der jannik studiere ebenfalls wirtschaftsingenieurwesen und zu guter letzt ich bin jonas ich studiere auch wirtschaftsingenieurwesen und wir waren im wintersemester 2022 2023 in saragossa genau also wir haben dort an der fakultät für wirtschaftslehre studiert die economia impresa also das heißt wirtschaft und und unternehmen genau haben dort hauptsächlich eigentlich unsere wirtschaftlichen fächer abgelegt der campus der befindet sich relativ zentral in der stadt mitte ist perfekt mit der tram oder aber auch zu fuß alles fußläufig dort kann man ganz einfach hinkommen schicka mutter spiegel ziegelbau vielleicht kann wolf dann nachher ein bild hier hinter mir zeigen